Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute werden wir uns mal anschauen, ob oder wie sich die Entscheidung hier, die Community-Entscheidung, regelt. In zwei Sekunden kann ich potenziell ja wieder neu abstimmen. Schauen wir uns mal an, was da jetzt passiert. Okay, okay, okay. Oh, schon mal ein neuer Skin. Und die Entscheidung... Ah, okay, ich kann jetzt einfach nochmal neu abstimmen. Das heißt, jeder hat jetzt quasi zwei Votes. Ich stimme einfach nochmal hier für den gleichen ab. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall in 23 Stunden ist das Voting dann quasi zu Ende. Und dann wird, ich denke mal, morgen dann quasi der Skin reinkommen, der hier die meisten Votes hatte. Dann gibt es endlich mal wieder den Sumpfmann, der jetzt auch neue Styles bekommen hat. Vier Styles gibt es insgesamt. Und ich finde, die neuen schauen schon richtig geil aus. Der hier, dieser schwarz-orange, ist nicht so meins. Aber vor allen Dingen der zweite und der vierte hier, die schauen richtig sick aus. Früher, muss ich sagen, fand ich den Skin eher nicht so geil. Aber hier vor allen Dingen mit diesem Style würde ich sagen, Leute, das ist auf jeden Fall ein geiler, legendärer Skin. Dann gibt es heute einen neuen Sumpf-Skin. Die Sumpfjägerin für 800 V-Bugs. Und was ist denn mit ihren Haaren los? Das schaut irgendwie sehr merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Aber es sieht ehrlich gesagt mehr nach einem Bug aus. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Hier oben bei dem Bild ist es ja auch quasi normal. Ich glaube, das wird einfach nur ein verbuggter Skin sein. Wie auch immer das passieren kann, dass solche Skins dann mit so einem Bug noch ins Spiel reinkommen. Ich meine, sowas muss doch Epic Games vorher auffallen. Aber gut, okay. Auch ohne den Bug jetzt würde ich sagen, recht schlichter Skin. Outfit ist okay. Diese Brille und der Hut sind eigentlich ganz nice. Die gefallen mir. Für den Preis finde ich das auf jeden Fall in Ordnung. Dann gibt es mal wieder den Funky-Commando-Skin. Der ja auch einen neuen Backpack dazu bekommen hat. Genauso wie... Oder ein ähnlicher Backpack wie die Frau. Die Disco-Diva. So schaut sie aus. Ähm, im Set auch noch drin. Quasi den Backpack auch nochmal als Hacke. Mit einem coolen Sound-Effekt. Quasi immer ein bisschen was unterschiedliches. Das ist also mal eine Hacke, die wirklich viel für ihren Preis auch bietet. Was Beleuchtung und Effekte und so angeht. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und nach langer Zeit mal wieder der Bombasto-Skin. Mit diesem sehr merkwürdigen Minen-Backpack. Ist ein recht merkwürdiger Skin. So eine Bombe als Kopf. Oh, ich würde dir nicht unbedingt empfehlen. Knie-Klatscher. Dann mag ich die Musik. Dann Emotical. Die ganzen Emotes quasi auf der Waffe drauf. Dann Disco-Fieber. Meiner Meinung nach auf jeden Fall einer der besten Emotes. Dann abtrünnige noch. Einer der besseren Default-ähnlichen Skins. Und als nächstes ist die Holo-Scan-Lackierung. Sieht so ein bisschen aus wie ein Hologramm. Für den Preis finde ich ist das echt eine gute Lackierung. Ich meine, sie ist grün und ist trotzdem animiert. Das geht auf jeden Fall klar. Das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Morgen sehen wir dann also, ob der Skin oder welcher Skin eher gesagt, wirklich dann zurückkommen wird. Ich hoffe, dass danach noch ein weiteres Voting stattfinden wird, weil die Skins fand ich persönlich bisher noch nicht so krass. Morgen früh im Video werde ich euch dann dazu informieren. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt schnell machen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Tragt gerne den Creator-Code Snogsy ein, den ich nicht mehr eingetragen hatte. Unbedingt eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Und ja, dann hören wir uns morgen früh. Bis dann, macht's gut. Tschüss.